Musik Oh Mann ey, meine Mutter war heute schon wieder so, so schlecht drauf. Ich darf gar nichts. All meine Freunde sind heute in der Disco und ich muss mal wieder alleine hier zu Hause bleiben. Ganz ehrlich, das ist doch kein Leben von einem Teenager. Ich hasse sie einfach. Sie zerstört mir mein ganzes Leben und alles und es ist einfach total blöd. Sie erlaubt mir gar nichts. Ich wünschte, sie wäre anders. Ich wünschte, ich könnte einfach mal woanders sein, weg von zu Hause und einfach selber bestimmen, wer ich bin und was ich mache. Ganz im Ernst, ich werde nur kontrolliert von ihr. Deshalb bin ich jetzt einfach mal rausgegangen und habe mich rausgeschlichen. Wenigstens kann ich mir die Freiheit nehmen. Mal ganz ehrlich, mir wird ja alles verboten. Irgendjemand hatte mich niedergeschlagen. Ich war womöglich lange Zeit bewusstlos gewesen. Bis ich irgendwann langsam die Augen öffnete. Mein Kopf dröhnte höllisch. Dann konnte ich meine Augen ganz öffnen. Und was ich sah, war schlimm. Um mich herum sind Gitterstäbe. Wo bin ich? Was ist hier los? Hallo Stella. Ich, ich weiß nicht, ob du bereits bist, wo du bist, aber naja, ich werde dir vielleicht ein bisschen was erklären. Na ja, ich hoffe, du hast es dir zumindest in deiner Zelle gemütlich gemacht, denn so schnell wirst du hier nicht mehr rauskommen. Weißt du eigentlich, was deine liebe Oma so macht, wenn sie nicht gerade Kekse für dich backt? Was? Meine Oma hat überhaupt... Meine Oma ist die netteste Person, die ich kenne. Deine Oma schuldet mir eine Menge Geld. Also, naja, das wird sie mir auf jeden Fall nicht geben. Deswegen dachte ich, erhöhe ich den Druck mal für sie. Mal sehen, wie wichtig du ihr wirklich wirst. Ich hoffe, ich wünsche sie mir Geld. Ist das der Grund, warum ich hier bin? Selbstverständlich. Und genau deswegen wirst du mich auch niemals sehen. Ich meine, ich will dich nicht irgendwie, dass du mich verpetzt oder irgendwie bei der Polizei meldest. Aber was machen sie denn mit mir jetzt? Ich kann doch nicht in dieser Zelle bleiben. Tja, wenn deine Oma mir das Geld nicht zahlt, dann wirst du nicht mehr lange in dieser Zelle bleiben müssen, denn... Naja, das siehst du dann wohl. Was? Das ist jetzt nicht ihr Ernst, oder? Ich habe doch gar nichts damit zu tun. Ich kann doch gar nichts dafür, was meine Oma vielleicht gemacht hat. Tja, das ist mir aber egal. Denkst du, ich bin irgendwie der Weihnachtsmann oder so? Mir ist egal, was ich hier verpässe. Du bist nur ein Werkzeug. Das können sie doch nicht machen. Siehst du doch, dass ich das kann. Oh, was klingelt denn da das Telefon? Da muss ich mal rangehen. Hallo. Vielleicht kennen sie meine Stimme noch. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls... Schulden sie mir eine Menge Geld. Wer sind sie denn? Ich weiß nicht, wovon sie reden. Sie wissen ganz genau, wovon ich rede. Frau Holländer. Wo kennen sie meinen Namen? Ich sagte bereits, sie schulden mir eine Menge Geld. Nein, das kann nicht sein. Ich schulde nur einer Person. Nein. Nein, das kann nicht sein. Sie müssten tot sein. Bin ich wohl offenbar doch nicht. Das... Das ist nicht möglich. Ich werde ihnen niemals das Geld zahlen. Sie haben keinen Anspruch darauf. Sie haben mich... Sie haben mich hinters Licht geführt. Tja, wenn sie mir das Geld nicht innerhalb von 48 Stunden überweisen, dann wird ihre Enkelin dafür drauf gehen. Meine Enkelin? Meine... Stella? Sie haben... Sie haben Stella? Nein. Ja, ich habe Stella. Das können sie nicht machen. Und wie ich das kann. Aber ich habe das Geld nicht. Ich habe... Woher soll ich denn so viel Geld nehmen? Eine halbe Million Euro. Tja, das ist ihr Problem. 48 Stunden? Das ist ein unmöglicher Zeitraum. Soll ich eine Bank ausrauben? Das ist ihr Problem. Wie gesagt, naja, wenn sie innerhalb von 48 Stunden das Geld nicht haben, dann... ...können sie sich von ihrer Enkelin nicht mehr verabschieden. Aber... Tja, wie gesagt, nicht mein Problem. Ich weiß, wie soll ich denn an das Geld kommen? Tja, keine Ahnung. Aber ich will mein Geld. Und... Und... Wie soll ich ihnen das Geld denn überreichen, wenn ich es irgendwo herbekomme? Ich komme zu ihnen. In 48 Stunden werde ich... ...werde ich vor ihnen stehen und... ...wenn sie das Geld... ...nicht haben... ...werde ich wieder zurückkommen... ...und dann... ...würt ihre Enkelin nicht mehr leben. Äh... ...das... ...das können sie nicht machen! Doch! Sie glauben nicht, wie gern ich das mache. Naja, das war ja alles, was ich dir zu sagen hatte. Naja, wir sehen uns dann in 48 Stunden. Denken sie an ihre Enkelin. Tschüss! Och, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt haben sie Stella genommen. Und das ist meine Schuld. Sie haben Stella entführt. Ich wusste es. Die Menschen sind dazu fähig. Und vor allem sie. Sie ist nur nach dem Geld her. Ich hätte niemals das mit den Marvaries machen dürfen. Es war ein Fehler. Und jetzt muss meine Enkelin dafür leiden. Wie soll ich denn bloß an das Geld kommen? Ich werde dir das Geld nehmen lassen. Und jetzt, weil du Leute noch? Und du Mit mir erusten dann? Und bei einem